Und wenn du schon ein paar Jahre Christ bist und in einer Gemeinde warst oder in mehreren Gemeinden, dann wirst du wahrscheinlich wissen, wovon ich rede. Und zwar von Leuten, die dann sagen, ja, in meiner Studienbibel steht in der Fußnote das und das. Ja, wir sind irgendwie in einem Hauskreis und jeder sagt irgendwie was, jeder hat eine andere Bibel, sie haben alle ihre tollen Studienbibeln dabei. Und dann sagt einer, ja, in meiner Studienbibel steht hier in der Fußnote das und das. Anstatt dass der Pastor die Lehre gibt, dass es wirklich einen Leiter gibt, kann einfach jeder was sagen und jeder schaut in seinen Fußnoten, in den Kommentaren nach, was der Vers bedeutet und darauf verlassen sie sich dann einfach. Ja, meine Studienbibel sagt das und das. Hast du bestimmt schon mal mitbekommen. Aber noch schlimmer als das sind Pastoren und Prediger, die in ihrer Predigt sagen sowas wie, ja, ein anderer Ausleger hat auch geschrieben oder dieser Kommentator hat auch geschrieben oder Spurgeon hat dies und das geschrieben. Und ich denke mir so, warte mal, du bist gerade der Ausleger. Lege du mir doch die Bibel aus und zitiere nicht einfach, was irgendein anderer Ausleger geschrieben hat. Was soll das überhaupt sein? Ein Ausleger. Das ist doch ein komisches Wort. Sei du doch der Ausleger. Lege du mir doch die Bibel aus. Denn ein Pastor, ja, oder auch ein anderer Prediger, der ist der von Gott eingesetzte Kommentator. Das ist der Kommentar, den Gott will. Die Predigt seines Wortes. Aber was machen so viele Prediger heutzutage? Sie zitieren buchstäblich irgendwelche Kommentare. Sie zitieren buchstäblich irgendetwas aus ihrer Studienbibel. Das ist, was sie machen. Also falls du dich jemals gefragt hast, wie liberale Prediger heutzutage ihre Predigten vorbereiten, das ist, was sie machen. Sie lesen ihre Studienbibel. Sie lesen irgendwelche Kommentare. Und einige gehen so weit, einfach einen Kommentar zu zitieren in ihrer Predigt. Obwohl sie eigentlich die Ausleger sein sollen. Sie sollen, sie müssen die Bibel gelesen haben. Die Bibel, nicht eine Studienbibel, sondern einfach nur Gottes Wort. Sie müssen es auslegen können. Aber so oft können sie das gar nicht. Und sie zitieren einfach irgendwelche Ausleger. Ein Ausleger hat gesagt. Das ist tragisch. Das ist ein wirkliches Armutszeugnis.